weiter geht es dann in der business class jetzt wird es langsam spannend drum roll und zwar buchungszeitraum ist bei allen ich sage es jetzt noch mal zum letzten mal dritter sechster bis zum 30 6 aber hier bei der kurzstrecke ist natürlich der reisezeitraum 15 7 bis zum 31 8 mit 20.000 meilen gibt es in der business class kölnborn münster osnabrück hannover paderborn und lippstadt dann geht es weiter mit barcelona amsterdam skippo luxemburg kluz napoca timersora sibiu riga talien will news bologna mailand linate mailand malpensa metzia terme catania calma lubiana rom und malta und hier sind es 25.000 mal und um die frage zu beantworten nein es gibt nichts nach kanada es gibt nichts nach nordamerika es gibt nichts nach asien es gibt nichts nach nirgendwo also insofern das waren die meilen schnäppchen von heute